straight to the spaceport so da sind wir auch schon wieder bei Riddick alle raus, gut oh shit hier funktioniert das wohl nicht mehr mit der Karte von Abbott die hauen da ab aber aufpassen, dass wir nicht von denen entdeckt werden wow der sieht aber gut wo bist du denn? oh komm her ja super ich versteck mich mal weiter hier oh ja jetzt ist die Frage wie mache ich das am besten? gehe ich dann direkt hinter denen wenn sie hier raus sind? durch die Mines und durch Jagger Valens straight to the spaceport und das ist der Typ da vorne nichts hört und das ist der Typ da vorne nichts hört hätte ein bisschen laut werden können komm her so jetzt haben wir die beiden das haben wir hier ein Keypad funktioniert natürlich nicht nur um da hoch zu kommen okay wow ist hier was oder nur eine Ecke? nur eine Ecke na glättere mal hier hoch aha okay haben wir hier was in den dunklen Ecken? wow mal Lucky Lucky machen nein gut nice ich werde mal jetzt weiter stealfen in die Richtung wir müssen auf jeden Fall durch die Minen hier oh 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 shit hab ich doch gar keine Chance wie soll ich an dem vorbeikommen? der guckt doch in meine Richtung oder? naja ich Glück habe oh Glück gehabt ey Glück gehabt dass er da nach oben geguckt hat Security Checkpoint Security Checkpoint okay das scheint mir okay immerhin neuen Speicherpunkt also wir müssen nicht immer so viel laden okay wir haben einen Typen der da wandert müssen definitiv aber mehr sein wenn da sonst wäre das nicht um sonst eins Was ist all das Fuss über das Pid? Ich habe nicht den Kapitän das Morgen gehört sie haben eine Passage von dem Pid direkt in die Gartenkarte sie kamen auf da sie glauben dass er von der Pid wer war es? war es Riddick? die neue die alle sagen? ich glaube so wir haben keine Schmerzen für uns heute keine Schmerzen keine Schmerzen? der Kapitän sagt sie dass sie die Schmerzen die Schmerzen die Schmerzen in unsere Block shit ich hatte keine Schmerzen gestern we können wir nach einem anderen Block und sehen, ob sie uns in das stimmt wir treffen uns wir treffen uns eine halbe Stunde nachdem die Schmerzen das stimmt ok wir müssen uns in die Schmerzen die Schmerzen nicht die Schmerzen dass sie die Schmerzen Du kannst den Soria-Ausk-Können Das wäre kein Problem mehr Nun, Riddick wäre kein Problem Aber erinnere dich, den großen Mann, der durch das Spaceport verletzt wurde Scheiße, du bist richtig Hallo? Das andere? Ah, der eine ist hier Okay, hier können wir nichts mehr machen Geh wieder die Treppe hoch Möchte ich eigentlich verfolgen Okay, jetzt geht er noch nach hinten Wow! Nevermind Okay Vielleicht sehen sie mich hier nicht Vielleicht finden sie mich auch hier nicht Oho! 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 Hey, ich habe ihn jetzt! Ne, hast du nicht Hm, nichts hier Oho! Oho! Okay Okay, gleich sehen sie mich hier hinter nicht mehr. Er ist weg. Äh, das glaube ich, direkt. Wo? Wo kam der her? Also da hinten ist die Maschine. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh, die Maschine kommt hier hin. Oh shit. Okay, da ist die. Weil da kann ich nie im Leben so ein Takedown machen. Soll ich aufpassen. Das einzige, was ich weiß ist, ist da oben, was scheint zum Klettern zu sein. Und jetzt, wenn man an die Maschine schaut, will ich das vergessen. Die Maschine ist hier. Ich glaube, ich versuche es gar nicht. Aber da hinten scheint es auch nichts zu geben. Oder? Zum Hochklettern? Nee. Oder? Hoch. Ich verschwinde schnell im Schatten. So. Genau. Hier wären wir angekommen, wären wir rübergeklettert. Das heißt, wir sind hier schon irgendwie richtig. Oder müssen wir hier rüber? Oh oh. Nein. Nein, 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 nein. Bloß nicht. Während der da guckt. Entweder wir müssen hier nochmal rüber. Was auch was sein kann. Bitte mal hoch. Äh. 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 Okay, bitte rüber. No. Aber hier scheint eine grüne Tür zu sein. Heißt, wir müssen hier entlang. Oh sweet, Jesus, haben wir es geschafft. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Wir sind dem komischen Typen da entkommen. Und es wird gespeichert. Yes. Wow. Okay. Fuck. Ja. Never mind. Wir sind direkt aufgeflogen. Super. Und jetzt? Daniel. Wow. Wir sind hier. Nein. Will ich aber nicht. Da hinten sehen wir den. Da. Da ist der Typ. Ganz hinten auf der andere Seite. Ich will doch gar nicht sterben. Mag ich nämlich gar nicht. Die Tür ist abgeschlossen. Irgendwelche fliegen hier. Da unten ist einer. Den müssen wir definitiv erledigen. Den da unten. Da müssen wir warten, bis er weg ist. So. Und sieht hier. Obwohl wir im Dunkeln sind. Hey, Prisner. Show yourself. Bäh. Denkst du selber nicht, ey. Bist du krank im Kopf? Das ist gerade auf mich geschossen. Da werde ich mich bestimmt nicht zeigen. Hey. Kann ich dich essen für Hilfe? Wo ist er? Ah, da. Alles, wir müssen aufpassen. Wenn er da so weg geht, müssen wir hier runterspringen. Hm. Nichts hier. Ja. Bitte geh weg. Okay. So. Wenn wir den sehen, dass er da zurück geht, erwürgen wir ihn von hinten. Oder killen ihn halt mit unserem Peacemaker. Ist mir ja wurscht. So. Wo. Komm her. Wo. Nein. Ich konnte es vergessen. Geh wieder auf deine normale Patrouille Ich hab nur noch eine Energie Was war das für ein Sprung Den ich hier gerade gemacht habe Das war zu viel Ich denke das wird der richtige Weg sein Da oben sich verstecken Runter zu gehen und hinein zu kehren Da müssen wir aufpassen Wow Mit dem gesehen werden hier Oh shit jetzt haben wir sowieso nur noch eine Energie Guckt gerade nicht Jetzt haben wir trotzdem nur eine Energie Ich dachte wir kommen mit ein bisschen mehr hier raus Aber leider nicht Da hast du dich aber verschaut Mit nothing here Komm her Komm her Komm her Komm mit Ab in den Schatten mit dir So Wissen wir dass da hinten noch einer ist Die Frage ist nur Wann ist er zu sehen Das haben wir noch nicht so rausgefunden Genau Wir können ja hier so gehen Ich denke der wird getriggert Hey du Hey du Komm mit War nicht so ein Krach hier Moin Gott Nee So Bleib mal hier Frage ist Kommen jetzt noch mehr Ich hab hier Angst um die Ecke zu schauen Nee Okay Hier ist auch gespeichert Ich würde gerne mich freuen Wenn ich mich heilen könnte Und jetzt sind wir hier oben Bleib mal hier Bleib hier Bleib mal hier Ich bin nicht egal ob du dich schaffst du hier Es ist Geld Ich habe nie gesehen Wir sind deine Freunde Hey Ich bin hier selbst Ich bin hier Und jetzt du bleibst Hier So, bringen wir den um und ich glaube der andere Typ ist unverwaffnet. Hey. Danke, Mann. Lanzo und Void lassen mich mit diesem Hack. Hey, ich habe dich nie gesehen hier. Du hast keinen Arbeitsplatz, oder? Vielleicht Jagger könnte dich aufhören. Siehst du den Schrappschüter-Guard da? Er hat eine Schlüsselkarte, die du benutzen kannst. Na ja, ich meine, Gehe. Hey, der schnellste Weg nach unten ist durch diese Tür. Okay, ich habe ihn jetzt. Glaube ich nicht. Äh. Wow. Hey, Prisoner. Show yourself. Nein. 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 Okay, wenn er da an der Seite steht, dann versuche ich das mal von dieser Seite aufzumachen. Nein. Okay. Ok Oh yeah Oh yeah Oh Security Card Yes Ok Was ist hier? Ich denke hier ist noch Nun So ein Areal Security Cards Eine Key Card Aber was bringt die Key Card da hinten? Schieß von mir aus weiter Was bringt die Key Card hier? Bitte etwas zum Halen Hey Hey Wie gesagt Du solltest gehen und Jagger Valance Der beste Weg nach Jagger ist durch die Tür hier Und der Scharpshooter-Hack-Guard hat die Key Card Okay Ich habe die Key Card So Was ist das hier links? Was steht da? Cargo Transport Oh endlich Yes Aber jetzt sind wir nicht mal voll ey mit den vier Aber wir ja jetzt schon sechs Energie haben Oh Mann Oh Mann Kommt hier auch noch was? Oh ne Ich will hier nicht runterfallen Hier kommt was hoch oder wie? Ja Hier scheint was hoch zu kommen Aber wir müssen doch runter oder? Ich gehe mal weg Falls da irgendeiner drin ist Ich denke wir müssen nach unten Also Auf das Ding drauf Ich hoffe Ich liege hier richtig Boah ist das laut hier Das ist ein Rösschen-Camp Hey 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 Er hat eine fucking Trang-Gun Alright Du willst die Trang-Gun kaufen? Ja Gib mir die Trang-Gun Hier geht es Okay Okay F1 hält Der Trang-Gun kann Gehen für Elektroshock's Enemies Er wird Recover Fairly quickly Anerst um Neutral sein By pressing Mousebutton 1 Äh Okay Und endlos Ammo ja auch So Trang-Gun Und dann Bääb Ist ja schon mal was Ne? Das macht unser Leben Schon ein bisschen einfacher Hab ich dort Licht? Ne Hab ich nicht Was mach ich da gerade? Ach so Ach so Ich höre hier schon wieder so ein Roboter Muss mal einmal ganz kurz Pause machen hier So Kleine kurze Pause gehabt Also Kurz Vielleicht 10 Minuten oder so Ich habe jetzt getrunken Irgendwo ist der Typ Der ist schlimm genug Ich denke Ich denke die Trang-Gun die wir überkommen haben Wird nicht Wird mal Schienen Okay Schaffen wir ihn mal von hier weg Dann wissen wir mehr. So. Gut. Was soll immer das hier ist? Scheint hier doch was zu sein. Oh je. Wenn der Typ mal wieder hier in den Schatten kommen würde, wäre das schön. Dann können wir einfach britzeln und hier reinziehen. Aber was ist das denn da vorne für ein Panzer? Seht ihr das? Was ist das? Was ist das? Das ist das? Das ist das? Was ist das? Ich nehme lieber den Screwdriver. Ist hier was? Elevator Button. Ist hier was versteckt? Zigaretten oder so? Ne. Sind wir hier überhaupt richtig, wenn wir den Elevator Button klicken? Oh oh. Nein. Aber wo? Geh es an, Mann! Hey! Super. Energie wieder verloren. Müssen wir den scheiß Typen hier hinten noch hinbringen. Also haben sie doch irgendwen alarmiert. Weil ich sehe da rechts... Etwas zum... Können wir damit weit schießen oder was? Ja, ja. Scheint so. So. Aufladen wieder. Hätten unsere drei weg oder zwei weg? Ne, zwei nur weg. So. So. Ah. Okay. Äh. War das jetzt richtig oder falsch von mir? Keine Ahnung. Ob wir hier... hin müssen. Oder nicht. Ich glaube nicht, dass wir hier hin müssen. Wieder runter. Ein bisschen tiefer in die Mine. Das war jetzt da, wo wir oben hergekommen sind. Das wäre bestimmt ein anderer Weg gekommen, um da hin zu gehen. Oder nochmal zurück. Das wollen wir aber nicht. Wir müssen ja nach unten. Aber nicht, dass hier alles wieder lebt. Oh, Schatz. So. Oh. Oh, Schatz. Oh, Schatz. Oh, Schatz. See you. The worst fucker. You're not just paid to hang around. Schnell mitnehmen Schnell mitnehmen Aber wir sehen Dass die Tranquilizer Gun doch noch Range hat Ich dachte das wäre mehr so eine Nahkampfwaffe Aber es funktioniert Das war ein guter Hey cool Sogar im Schatten sieht man Dass wir den eigentlich mitschleppen Auch wenn unser Arm sehr komisch aussieht Währenddessen Hier sind definitiv dunkle Ecken Hey You're Riddick huh I'm Jagger Valance Perhaps you've heard of me I'm not a very good listener Where's this spaceport Straight to the point is it The things down here work the same as up there Riddick You give you get You don't want to get what I can give Jagger I suspect you're right of course However There's a sealed off area at the end of this corridor Inside is a package that I need But the area is filled with gas My god Jetzt hustet er noch nicht My lungs aren't what they once were Give me the package and we'll talk Okay We have Jagger Valance gefunden What's going on here And I'm taking a look Oh oh Aber wo Oh je Da haben wir Mr. Robo Heino Ein Typ haut da ab Das ist gut Hey Jagger Ich kann hier schlicht was erkennen Bisschen blöder Okay Da hinten ist der Wachmann Genau den Typen werden wir brauchen Also den müssen wir ausschalten Jetzt nicht die beiden die bohren Ich glaub die beiden die bohren Die werden uns nichts tun Wer Ich will check who's there Wer Gucken wir mal Wenn der Typ hier zur Seite kommt Well Nothing here Keep looking Okay Ist ja schon mal was Hier sind wir versteckt Ist auch schon mal was Was I heard they cut him at home At home Armand Darrow's a full-blown idiot With no balls He got balls all right man You know what he did to his kid Yeah man I hear Cut it in pieces But that ain't no balls That's played monstrous No doubt he's a monster man I need to imagine they no balls Shit meine Deckung ist weg Und da eigentlich die Deckung dann nutzen Um weiterzukommen Scheint aber so als wäre das nicht mehr fertig Hey Moment mal Hallo Das war doch nicht im Leben Reddicks Stimme oder Give me the vent tool Ah da Er hängt jetzt da Aber Ist der Roboter jetzt nicht grad hier am gehen Um You have any idea how much This is the roof Intro Okay. So. Go, 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 go. So. Das unterste hier wird eh nicht angehoben. Also von daher. Hier schon mal Glück. Ist da hinten was? Außerlicht? Nein. Doch, da hinten ist ein Typ. Da. Ist ein Typ. Darf uns aber nicht hier sehen. Da. Der Typ da. Nehmen wir den mal mit. So. Hier ist ein Keypad. Okay, mal gucken. Ist das hier der Gasraum? Oh, Glück gehabt. Oh oh, er kommt hier hoch. Ich habe ein Pätschicht hier. Jetzt ist es. Ich habe ein Pätschicht hier. Eine non-smoking area, wir sind healthy, gut, ist doch schon mal was. Keep door close, door shut, it's ok, ok, wo ist dieses Package, hey! Hä, ist das nur, ah, hier, geht das nur weiter. So, Gas lag gestopft, gespeichert, brauchen wir nicht, gut. Das war's hier, ne, jo, wir haben alles, müssen wir nur noch zurück. Gut, perfekt, der Roboter guckt gerade in die andere Richtung. Hey, ich hab was für dich. Du bist, wie erwähnt, Riddick. Verstehst du nichts über den Ort, wo du den Package gefunden hast? Das kleine Cave ist eigentlich gerade vor dem Haus einer Breed von Kreaturen. Schöne und Schöne und Schöne. Es wird Chaos sein, wenn etwas zu öffnen, ein Schöne da unten. Ich brauche eine Bombe. Wenn ich mit mir mit dir... Nein. Nichts schlöne mich. Ich weiß den Punkt, Riddick. Seht Jupiter in Tower 19. Er ist verbunden und kann dir eine Bombe bekommen. Hier ist meine gute Faith. Die Kode, die du brauchst, um ihn zu erreichen. Ich will dich am Spassport treffen. Was? Wo müssen wir jetzt hin? Er wollte mich doch verarschen. Muss ich jetzt komplett zurück. Go to Tower 19 and get a bomb from Jupiter to get... Head back from the mining core up the mine entrance. Head back. Also geh zurück vom mining core, wo wir jetzt sind. Zum mine entrance. Ach so. Na. Das erklärt so einiges. Deshalb haben wir hier auch den Elevator. Damit wir da nämlich zurück kommen. Das ist das nämlich. Genau. Wir müssen jetzt zum mine entrance. Dann für den Elevator den Key eingeben. So. Deshalb ist der hier. Damit wir einen Shortcut haben. Und nicht immer so viel außen herum gehen müssen. Hey. Ich hab hier ne Fliege. Shit. Nee. Aber. Da waren doch noch ein paar Typen, oder? Oder irre ich mich hier? Nein. Ich irre mich nicht. Nein. Ich möchte meine Energie nicht verlieren. Danke. Na super. Was soll ich jetzt machen? Oh. Hier ist ne Leiter. Vielleicht klettere ich mal die Leiter hoch. Oh. Riddick ist halt so langsam. Okay. Hier sind die Typen. Hier kommt er. What? Hier kommt er. What? Hey. What the fuck? Was ist mit dir los? What the fuck? Willst du? Du hast mir doch geholfen. Was? Oh no. What the fuck? What the fuck was ist mit Ihnen? enduring den Reden mit denen ausgescenstiert Sie was der Ermittler sis. Unity Command & The Ones zur Übert Fred Whenever mit denen ausgesrespondert die Ja, gut. Ich hoffe, dass wir mindestens so zurückkommen. So. Hier durch. Ja. Wo ist da ein Typ, der da schießt? Dann sind wir hier fertig. So, mal gucken. Oh oh. Wie, die sind hier alle respawned? Okay, der Roboter steht hier immer noch vorne. Welchen Grund da rein? Wo? Wo checkt der? Hm, nichts hier. Okay. Okay, doch beide erledigt. Jetzt ist die Frage. Wo guckt der hin? Okay. Der hat doch in meine Richtung geguckt. Und jetzt? Und jetzt? Nevermind. Gut, dass sie so blöd waren und sich ablenken gelassen haben. Mein Entrance, genau. Achso. Der mag immer noch seine Waffe. Wir müssen immer noch am besten schleichen. Weiß ja nie. Manchmal respawnt etwas. Kann auch nicht sein. Code incorrect. Okay. So, das heißt, wir müssen hier backtracken. Was natürlich nicht schlimm ist. Ich sag ja nichts. So, Keypad. Eingeben. Genau. Und jetzt kommen wir wieder nach oben. Tower 19. Mit dem einem Typen sprechen, mit dem wir die Liste austauschen müssen. So, hier haben wir die Benz. Okay, Tower 17. Das war's auch hier schon anscheinend. Oh, shit. What the fuck? Oh, really? What the? Ich kann hier nicht mehr hoch, oder? Gut. Immerhin etwas, was wir noch können. Wir sind ja hier oben irgendwie draufgekommen. Genau. Durch dieses Grating hier. Ui. Ja, weshalb nicht so schnell auch hoch? Ja gut, klar. Das ist natürlich physisch nicht möglich. Aber trotzdem. Haben wir nicht alle hier gekillt? Ey! Was ist das denn für ein Penner, ey? Du hast mir fast meine ganze Energie genommen. Was ist das? Ah, shit. Der ist leer. Ah, super. Jetzt bin ich mit einer Energie wieder hier unterwegs. Action. Red. Okay. Wenn mal wir auch jetzt hier sind. Ich muss aufpassen, dass ich rechtzeitig auch noch meine Waffe wegtue. Das ist auch mein Problem. Und so werden wir hier umgebracht. Nein. Hier durch. Okay, da ist jetzt ein anderer Weg zurück. Mal gucken, wo wir rausplöppeln. Oh, shit. Security research facility. Okay. Okay. super das war blöd aber ich glaube das ist die einzige möglichkeit wir müssen da hoch und den da irgendwie erwischen aber so Das ganze ganze Ort fallen zu Pfeifen. Ok, wo müssen wir jetzt hin? Hier ist rot. Da ist schonmal nicht da hin. Yes, Kravine. I'm fixing this panel for you, baby. I'm gonna get your panel right back. I'm fixing this panel for you, baby. I'm gonna... Whoa! Und kaputt Ich würde gerne in so ein Ding einsteigen Hey Oh, sag bloß, jetzt wird's Zeit Cool, cool, bitte, 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 bitte Lass mich in so ein Ding fahren Jetzt schauen sie Oh, yeah Jetzt geht's los Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, okay Sounds like we got us a problem boys Shit head just rolled off in a riot guard Okay, yo, he got a little terror of a riot guard problem Earlier today, they lost the guy from Power 17 He, apparently, is that killer bastard Rick So be careful, will you? He's a mean son of a bitch What the hell's the matter with you, shit head? Fuck the shields Get your fat asses out And send that punk to no man's land And do it now Okay Okay Das war einfach Geben wir mal alles, was hier rumläuft Endlich haben wir die Chance auch mal in so ein Ding zusammen Woowoowoowoowoowo Ja, der sich hier aufgemacht hat, einfach so Was ist da? Ich dachte das wäre was besonderes was hier rum liegt Hey, wusste ich es doch Jetzt haben wir Wenn wir unsere Fertigkeit hier auch einsetzen So, jetzt wieder aus machen Äh, right, 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 we müssen wir entlang C1 ist zu hoch Da sind wir rechts gegangen, also gehen wir mal links Oh mein Gott, das klaut Aber, ich denke E12 Dass mein Schlagschiff versenkt Okay, loading, loading, loading Bitte sagen wir nicht, dass ich Ja, ich glaube schon, dass ich besser sehe, hier sein als hier Okay Überall wo Licht herkommt Also dass ihr da seid Was ist das jetzt? Oh Oh nein, wollte ich nicht So Hochziehen Dann dieses komische Ding da oben benutzen Genau Kleine Hangrail So ist das Hier rüber Vielleicht müssen wir dann Knöpfchen drücken und können dann weiter Los, Riddick Das schaffst du So einfach wie der das macht Ich weiß gar nicht Ich könnte das vielleicht schaffen, wenn ich mich unten festhalten würde Aber der hält sich ja nur so ein bisschen damit zum Handballen fest Ich habe nur eine Energie Gut 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 So jetzt Paombat Eins Hä? Gut So, dann klettern wir hier nochmal. Ja gut, das Blöde ist, oder vielleicht auch das Gute ist, dass man hier keine eigenen Sprecherpunkte machen kann. Aber sagen wir mal so, dafür sind die Checkpoints eigentlich ganz gut gelegt. Super, heißt das, ich kann das nicht schaffen, weil ich eine Energie habe, oder was? Ich muss da aber hin. So, scheint gut zu sein. Ich habe echt Null Energie. Ich weiß nicht, ob wir den irgendwie rauslocken können, wenn wir da Geräusche machen, oder so. Wir müssen definitiv den Strom wieder anmachen, das ist klar. Da, der Powerswitch. So. So, geht doch. So, wir sind raus, rein, raus, reingegangen. So, ich bin jetzt weg. So. Noch einer. Noch einer. Gut, dass mein Ding so gut ist, ne. Im Gegensatz zu den anderen. Woa, das war ein Fuck-up von denen. Flamingos? Was sind denn die Flamingos? Oh shit, da sind Flamingos. Oh shit. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich hier hochklettern muss. Aber ein Excel-Roboter ist ja schon fast kaputt. Ich hoffe, dass das hier bald ein Ende hat. So, bitte hoch. Und ab auf die andere Seite. Natürlich können wir auch nicht sehen, was vor uns passiert. Wieso auch? Falls wir jetzt die ganze Zeit hier angeschossen werden. Ja, gut. Das hier heißt, wir sind eigentlich fertig. Aber jetzt hauen wir durch diesen Vent ab. Der Work Pass. Ja. Ja. Okay. Hallo? Hallo? Komm hier aus. Scheint ganz gut zu sein. Außer, dass wir immer noch eine Energie haben. Feed-Word? Ja. 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 Oh, oh. Oh, oh. Tournet in range. Okay. Ah, da geht rein. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Glück gehabt ey, da war einer! Schauen wir mal wo wir hier raus kommen Sind wir hier? Hey, Zigaretten! Workpass Hier können wir nichts machen Ok Elevator Button Mein Gott, ne! Ist das verwirrend? Ich habe keine Ahnung wo wir sind Warte mal, wir haben doch irgendwo eine Map Wo sind wir hier eigentlich? Feedboard, Security Research, Workpass Ok Ja Ja Ich hoffe, dass wir doch irgendwann mal zu dem Tower kommen Ich würde mal sagen, hier hoch Oder? Hä? Achso, da! Ne Den kann man leider nicht mehr benutzen Was? Was ist das? Kein Kode? Hey Oh, ich habe das nicht Sorry, ich habe nicht das Geld Ist das da oben überhaupt etwas? Es ist granted, ja Da kann ich auch irgendwie drauf Oder bin ich überhaupt hier falsch? Kann raus sein Aber Die Tür geht schon mal nicht mehr auf Ne Hier habe ich ja gegen meinen Peacemaker eingetauscht Gut Äh Technisch Gesehen wären wir ja hier schon im Tower Ne Wir sind immer noch im Feedboard Äh Super Da hat hier aber auch kein Ausgang hoch auf den Kopf Das ist hier Das ist kaputt Super Jetzt finde ich schon mal einen Weg und dann ist das der Falsche oder wie? Oh Ich denke, ich habe einen neuen Baby hier Ich habe etwas gehört Ich habe einen unten Oh So, waren das jetzt alle? Zumindest habe ich keinen dummen Kommentar von irgendeinem wieder gehört Oh Oh Okay Tower 19 Hier entlang Okay Hier kommt einer Ah, okay Hier sind wir von der anderen Seite Oh Oh Ja, shit Zip Ah Bist Is Bist Abber Ist Abber Abber Jäger Ich Abber Uh Abber 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 stun Abber Und jetzt? Du bist jetzt in Tower 19. Du musst Jupiter finden und die Bombe von ihm finden. Äh... Ja... Ok... Ah Sweet, was zum Heilen, endlich! Oh yeah... Keep it... Ok, scheint... Als wäre eine Riot gestartet, also so eine... Äh... Wo die ganzen... Ah, wie heißt das nochmal? Ja, ja, ja... Irgendwie kenn ich nur noch einen Riot. Ja, ja, ja... Hey, du... Wissen Sie, was ich, ähm... ...nach zufrieden von dir, Riddick? Wie du bist? Wie du bist? Hier. In Butcher Bay, ich meine. Der Mann-Klein. Der Mann-Klein. In diesem Schlamour. Ich brauche die Hand, die mitgebrachte... ... und dann schraube ich. Nicht eine schade Philosophie. Das ist für dich. Danke für die Bombe. Jetzt? Was soll ich jetzt tun? Ich lasse erstmal die Toilette. No effect. Oh meine Chance! Oh gut, das war sogar richtig. Wer hätte das gedacht, dass das richtig ist? Ich glaube jetzt komme ich nämlich hier irgendwo in die Nähe. Direkt raus. Das ist nicht so groß. Sie sind schützend meine Fahrt. Ich muss die Fahrt aufnehmen. Selbstmordung! Rail Lockdown! Rail Lockdown! Stopp! Das ist nicht so großartig! Wir müssen die Fahrt aufnehmen, Rob. Nichts hier. Hier. Äh. What the fuck bin ich gerade reingeraten? Nämlich nichts hier. Pass mal gucken. Okay Äh, ja Ich denke, ich mach mal jetzt hier mal Pause Ähm, wir machen das jetzt weiter Im nächsten Part Und ich werde mich jetzt verabschieden Und eigentlich könnte nicht mehr so viel kommen Ich weiß, dass wir auf jeden Fall jetzt durch die Mine Halt dieser Explosion zu dem Spaceport kommen Am Spaceport bestimmt Eindeutig ein Bossfight kommt, weil wir müssen ja noch den Äh, ich denke den Machthaber Wie man ihn gesehen hat Hier in Butcher Bay erledigen, ich denke das ist Gang und gäbe, dass man den dann Definitiv ausschalten muss Sonst weiß ich eigentlich nicht was Man hat noch gehört, dass da irgendwelche Tiere eingesperrt sind Kann sein, dass wir die dann irgendwann mal freilassen werden Und auch sehen, hoffe ich mal Und deshalb seid gespannt Was noch kommt, ich denke nicht mehr, dass viel Vor uns ist, aber Mal sehen, ich hoffe es hat euch gefallen Und ich sage danke, bis zum nächsten Mal, ciao